so und damit willkommen zurück zu green project ich habe am ende der letzten folge gemerkt dass das gehege hier bei meinen mutanten noch gar nicht geschlossen ist von daher muss ich jetzt mal noch ein paar zäune bauen oder hat es jemand eingerissen ich habe nicht genügend platz wollt ihr mich veralbern weg mit euch die entkommen mir hier alle oh man okay wir essen das werfen das raus werfen den scheiß raus raus so zu machen zu machen da so eingesperrt moment jetzt habe ich hatte kommt die hatte lassen wir hier rennen du gehst auch raus die sind alle ein bisschen hungrig egal so die pilz da war noch einer und der hat hier draußen ein ei gelegt ja gut fallen lassen fallen lassen fallen lassen so ei mitnehmen damit kann ich jetzt vergessen hier einen zaun zu bauen oder wir machen hier den zaun moment okay mutanten sind ausgebrochen kann ich die nicht lachen oh man eischöntchen dich kann ich auch nicht mitnehmen oder verdammt weg mit dir eidechse weg mit dir ähm komm holz fahren wir jetzt auch nicht okay hier rennen richtig viele ei eischöntchen rum oh man ja Flup, flup, flup. So, Zäune sind alle, oh Gott, so, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Oh, oh, trinken, wir trinken noch mehr, raus hier, so, Mütze aufsetzen, ach, wegen der Vergiftung haben wir noch eins über, oh Gott, Zäune und hier rennt auch einer rum, wie ist der da hingekommen, wie ist der hier reingekommen, ne, irgendjemand spukt hier herum, so, Durst sieht gut aus, Tierzucht, ähm, Holz, Turst, 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 roar, was braucht man für Stein, ich glaube wir machen Holzzaun, Gitter Habe ich nicht besonders viel Moment Ach hier habe ich auch noch Blöde Eier von denen Mist Käfer weg Ratte kann ich Jetzt noch nicht essen Ich Habe wirklich Ein echtes Problem mit meiner Lagerung hier Mais Da rein Voll machen Moment Eisenerz Also Nägel und Gitter Muss ich herstellen Nägel und Gitter Dafür stecken wir einen Hammer ein Eieieiei Nägel und Gitter Das sind zwei Rohstoffe Metallgitter Okay Draht Und Eisenbach Das weg Das weg Das weg Komm Mörser Weg Trinkflaschen weg Eisenbahnen Das So Die Zange 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 Jetzt noch was Draht 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 Da Hammer Und die Zange Und noch mal Kurz was essen Kurz was trinken Hammer Kaputt Draht Und Hammer Bam 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 So Hätten wir Das Draht Hammer Metallgitter 10 Stück Machen wir 20 So Wie war das noch Nägel 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 Das Der Hammer Und die Pfeiler Herstellen Gut Ich würde sagen Die Nägel Reichen Jetzt Tierzucht Holz Holzzaun Stöcke Hammer Nägel Gitter Herstellen Dann brauche ich noch mehr Stöckchen Soll ich irgendwo noch Stöcke rumliegen Hier Gibt es da nicht Nein da nicht Okay Okay Du bist schlecht Schlecht geworden Kleine Blöde Stöcke Verdammt Weg mit dir Weg mit dir Eidechse Verschwinde Gut Der Käfer Ist mir einfach entkommen Also euch Biester lasse ich jetzt hier wieder frei So ihr habt ja eh Hunger Von daher Lasst mich einfach im Frieden Okay wir sind schon wieder durstig Äh Quatsch Müde Und durstig Das ist mir einfach so 16 wir trinken etwas schlafen dann können wir zäune weiter bauen vier tage essen bevor es schlecht wird die ratte sieben tage okay wir schlafen schlafen ist gut so ab können wir irgendwas kochen gerade thymian tee vielleicht wird ja nie schlecht mörser hier rausholen so wo ist da rein da so jetzt weiter zäune basteln ach so nägel okay da ist wieder was schlecht geworden runter nägel rein 20 20 60 noch ein zaun nee aber vielleicht zwei holztore noch ein paar fünf fünf wahrscheinlich 50 so ach so jetzt fehlt ein stöcken wo wir gerade keine haben gut durst trinken schnell voll machen mal abkochen so hunger sechs tage drei tage essen das hähnchen kommt hier rein da rein haben wir noch mehr altes zeugs die suppe ist auch bald durch verdammt gut erst mal unseren zaun bauen ein paar plätze haben wir frei okay ende für diese folge tschüss tschau bye bye bye